Dann würde ich sagen, holen wir jetzt noch mal ein bisschen Holz. So. Mache ich jetzt halt zwar mit der Spitzhacke, aber ist ja nicht so schlimm. Ja, jetzt haben wir es. Ja, kacke erstmal. Meine Spitzhacke ist kaputt, dann kann ich sie einfach reparieren für die gleichen, ja, Dinge, die man sonst braucht. Ganz praktisch. Oh ja, ich sollte sie schon ausrüsten. Und dann können wir weiter abbauen. Oh, ein Schlag hätte noch gefehlt. Ja, dann farme ich mal ein bisschen weiter. Level up is available. So, ich habe jetzt ein paar Sachen gefarmt. Ich habe mir gerade überlegt, was wir machen sollten. Sollten wir denn die Lufthus-Haus echt killen oder sollten wir jetzt noch ein bisschen warten? Und uns dafür, also lieber dafür halt zähmen. Ich denke gerade nach. So, ich würde sagen, wir machen, ich denke gerade, ja doch, machen wir nochmal Melee-Damage. So, haben wir jetzt, ja, wir können uns jetzt die Steinschleude machen. Die ist nämlich echt wichtig. Mit der können wir nämlich Dinosaurier zähmen. Also sie K.O. Schießen. Ja, schießen, würde ich jetzt mal sagen. Ich denke nach, ist es... Ich weiß nicht. Ich nehme jetzt, ich hole mir nochmal Schuhe. Das war es dann aber schon. Oh, da brauche ich noch ein bisschen mehr Leder. Aber die können wir uns machen. Das ist gut, das ist gut. Und wir können uns noch einen Speer machen. Und jetzt brauchen wir nochmal Flint und Holz. So. Jetzt, deswegen habe ich auch vorhin ziemlich viele Steine gefarmt. Denn man braucht für die Slingshot, also hier, braucht man Steine zum Schießen. So. Und, ja, die haben wir jetzt. Ich denke gerade nach, sollten wir schon... Oh man, ich habe gerade absichtlich verschossen. Weil ich mir ja erstmal anschauen wollte, wie es funktioniert. Ich habe damit noch nie gearbeitet. Sollten wir das Risiko eingehen, weil wir haben nicht die beste Rüstung. Oh ja, er ist K.O. So. Jetzt müssen wir ihm Fleisch geben. Das Problem dabei ist... Wir haben jetzt gekochtes Fleisch. Ich weiß nicht. Magade? Oh. Scheiße, das frisst er nicht mal. Oh. Oder? Obwohl doch, er frisst es. Hier nochmal ein paar Narko-Bären. Okay, okay. Wir müssen jetzt sofort Dodos aufsuchen oder wir haben verkackt. Ich glaube, das ist jetzt ein kleiner Fail gewesen, weil wir haben zu wenig dafür. Wir haben nirgendwo Dodos. Wir haben zu wenig Fleisch. Scheiße. Oh, obwohl da hinten ist ein Dodo, ist ein Dodo, ist ein Dodo. Das ist nice. Dodo. Oh ja, zwei Stück, zwei Stück. Ja, erwischen erst mal nicht. Okay. Schnell die Spitzackequippen, dann kriegt man nämlich mehr Sachen. Nächster, nächster, nächster. Sorry, Dodo, es tut mir leid. Ich brauche Fleisch. Okay, ich hoffe, fünf Fleisch wird reichen. Ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher, wie viel er nochmal braucht. Waren sechs Stück, aber ich habe ja eben auch, ich weiß jetzt nicht, was er mehr mag, gekocht. Ich glaube, er mag rohes Fleisch mehr. Und wir müssen jetzt aufpassen, nicht, dass er jetzt, ähm... All, äh, Dingens, Dingens, ähm, Hose, Hose. Ich hoffe, er liegt da jetzt noch. Ja, ja, er liegt da noch brav. Äh, mein Kleiner. Ich komme. Ja. Und Food. Hier Food. Und Remote Use Item. So, weil das Lirne, wenn das weg ist, also es fühlt sich wieder auf wegen der Narko-Beere. Wenn das Lirne jetzt weg wäre, dann wäre er wieder auf Beinen und würde uns weglaufen oder angreifen. Wenn das mal eine Narko-Beere. Und Taming, der Fortschritt scheint ganz gut... Da ist noch einer. Ach du Kacke. Aber für den habe ich nicht mehr genügend Fleisch. Aber ich werde ihn auch mal erlegen. Also mit der Steinschleuder. Und das ist ein Langhals. Okay, nice, nice. Ich bin auch K.O. Okay. Das ist natürlich jetzt ein bisschen scheiße. Ich muss jetzt erstmal ihn hier zähmen. Ich wollte jetzt einfach nur, dass er keinen Ärger macht. So. Wie sieht es aus? Ja, ja, das ist das Paktor. Das Paktor. Ich weiß, ich glaube, die Narko-Beeren brauchen wir gar nicht mehr. Das sieht man auch. Taming Effektivienes. Nice, wir haben die Lophosaurus. Oh, hier sieht man seinen kleinen Steckbrief. Könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt. Oh, wie nennen wir ihn? Ich nenne einfach die Loh. Fällt sich nichts ein. Jetzt ist nämlich das Geile. Er hat einerseits Inventory für uns. Also er kann Sachen mitnehmen. Ich gebe jetzt einfach mal das Fleisch, weil er muss auch manchmal fressen. Und wenn wir T drücken, pfeifen wir und dann folgt er uns. Und er ist, glaube ich, darauf eingestellt, dass er Sachen eingreift, die ich angreife. Nice. Oh gut, da hinten ist eine Schildkröte. So, ihn hier können wir jetzt leider nicht mehr zähmen. Natürlich jetzt schade. Aber, ja, wir müssen ihn leider töten. Sorry. Es tut mir so leid. Oh, shit, mein Speer ist gebrochen. Naja, das ist jetzt natürlich ein bisschen schade, aber ich muss das leider tun. Naja, also die Lofo, die Sache ist die, wir können jetzt nicht uns das Fleisch... Naja, das ist jetzt ein bisschen doof. Ich gebe jetzt mal das Fleisch, aber durchgehend teilen können wir jetzt nicht. Ich habe auch wieder Hunger. Den hier können wir nicht killen, den lassen wir mal in Ruhe. Also, ich glaube, dass der die Lofo dafür zu schwach ist. Obwohl, es ist ein Level 2. Könnt ihr hinhauen, aber davor mache ich mir erstmal noch einen zweiten Speer. Oh ja, da brauche ich nochmal Holz. Dann farbe ich mir nochmal ein wenig Holz und sage zum Dilufo, es soll da stehen bleiben. So. Jetzt fängt es auch noch zu schritten an. Ist ein bisschen doof. Und hier ist auch noch ein Baum. So, jetzt habe ich ein bisschen Holz gefarmt. Ich hoffe, das reicht. Was? Oh, Flint. Shit. Ähm, da müssen wir dann Steine aufsuchen oder hinten sind welche. Dass wir die Lofos aus Anfangs gleich mal haben, ist ziemlich gut. Ist natürlich jetzt eine der Anfangskreaturen, aber für den Anfang ist es echt geil, wenn du davon eine Herde hast. Also so drei Stück. Dann kannst du schon richtig hart angreifen. Und Leute, was ich auch machen werde, ich werde manchmal jetzt so Cuts setzen, also das in zwei YouTube-Videos wahrscheinlich geteilt ist. Manchmal. Und ich hoffe, dass es nicht irgendwie stören wird. Und nein, der Kano, der nähert sich. Der macht mir jetzt echt Angst. Das doof ist nämlich, wenn man stirbt, verliert man auch sein Dinosaurier. Und das ist Kacke. Das ist echt Kacke. So. Jetzt haben wir noch einen Speer. Ah, das ist natürlich jetzt die Sache. Du, ähm, ich brauche mal ein bisschen Fleisch, okay. Oh nein, er hat was gefuttert. Das gibt es noch nicht. Weil es war gerade ein kleiner Leck, sorry. Oh. Ähm. Hier, du kriegst das Stück. Ich muss für mich leider selbst auch achten. So. So. Oh man, ich habe hier so viel Tetsch. Tun wir mal hier rein. Du, du könntest mal was abnehmen, wenn du willst. Du könntest mir... Kann er das tragen? Ja, easy. Dann trägt er das mal. Und? Hm, nee, das passt schon. Aber kann ich... Wie ist das jetzt? Kann ich ihm jetzt was anziehen? Weil hier steht ja ein Item. Irgendwie Dino-Klasses. Wie kann ich ihm jetzt was equippen? So. Nee, das ist auch sein Inventar halt. Ich weiß nicht, ob das bei ihm geht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das geht jetzt nur bei den Größeren, die man reiten kann. Weil man, glaube ich, man sieht sehr genau, dass man ihn jetzt nicht reiten kann. Ja gut. Ähm. Die... Diese riesige Schildkröte. Wo sind die jetzt hin? Alter, der Kano macht mir Angst. Der soll weggehen. Oder wir verziehen uns auf drüben. Aber das Wasser ist riskant. Das sehe ich schon. Tier, was ist das? Oh ja, das ist die Schildkröte, glaube ich. Okay, dann mache ich mal das Feuer an, weil ich sollte... Ich muss warm bleiben, stand da gerade. So. Gut. Ähm. Dann werden wir das jetzt hier mal braten. Ja, ich weiß nicht. Sollen wir... Ja, nee, 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 da mache ich jetzt noch nichts. Das passt schon. Er kommt immer näher, das macht er doch absichtlich. Natürlich. Ach du Scheiße. Okay, weil die Sache ist, die wir können... Scheiße. Wir sollten abhauen. Das ist jetzt da, das können wir nicht wegmachen, soweit ich weiß. Ich probiere es einfach mal, aber soweit ich weiß geht. War das klar oder war das nicht klar? Jetzt geht er wieder weg, aber trotzdem werden wir uns verziehen. Oh ja, genau. Oh, sorry, 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 ich wollte dich nicht hauen. Wir nehmen hier mal das Krimmigenfeuer mit, wenn es geht. Da steht nämlich schon Repair. Ich glaube nicht, wir können es nur kaputt machen. Ja. Ja, das ist halt die Sache. Dafür sind Steine echt wichtig. Die nehmen wir mal kurz mit. Komm mal mit, Kleiner. Jetzt kommt er nämlich schon wieder. Wir gehen jetzt durchs Wasser. Hauen ab. Schwimmen. Da ist ein... Kannst du ihn angreifen? Haha, wie er schwimmt. Wie schnell da ist ich? Muss mal wieder ein bisschen atmen. Man sieht ja rechts mein Oxygen. Oxygen, keine Ahnung, wie man dazu sagt. Die geht ja schon ganz schön aus. Du machst jetzt nichts, oder? Du greifst dich nicht einfach so an. Oh, der hat eben... Der hat's eilig. Oh, ich muss schon wieder... Ja, die Lofo, es tut mir leid. Ich muss leider etwas essen. Von unserem Fleisch. Mein Kleiner, hast du noch? Oh ja, er hat's noch. Das ist natürlich gut. Wenn er es noch nicht sofort wegfuttert. So, wir sollten jetzt sofort... An Wald sollten wir nicht, weil... Je weiter man reingeht, desto größer werden die Dinger. Das ist einfach so. Wie sieht's denn bei dir aus? Ja, passt. Passt, passt, passt. Perfekt. So, da nehmen wir. Oh, jetzt hab ich noch... Ey, du. Komm mal weg, ich will ihn nicht hauen. Egal, egal, wenn er sogar auf Level 1... Äh, Level 2 erst ist. Das ist echt gefährlich. Gut. Holz mitnehmen ist echt wichtig. Ich hab mir absichtlich keine Axt mitgenommen, weil ich find die unnötig. Man kann mit der Spitzhacke genügend abbauen. Da braucht man echt keine Axt. So. Naja. Aber ich würde sagen... Ich werde das... Ich hab das mit Sicherheit bis jetzt irgendwie gut hingeschnitten. Ich hoffe es. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Ihr bleibt dran. Es wird noch spannend. Wir haben uns schon Dilophosaurus gemacht, was ich echt nice find. Und... Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja. Das war ich, der Marcel. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Das war Arx Survival Evolved. In Part 2, dann werden wir hier weiter ein bisschen farmen. Bis dann. Und ciao.